Wie genial reagiert Julian Nagelsmann hier bitte? Ein weiblicher Fan hat offenbar ein Foto von beiden gemacht, auf dem er seiner Meinung nach nicht gut aussieht. Und deshalb will der Bayern-Trainer das auch gelöscht haben und lässt sich da auf keine Spielchen ein. Nagelsmann will das ganz genau sehen. Er will keine Anzeige. Der Coach ist also auch im Bereich Fotos ein Profi. Schade eigentlich, denn dieses Bild hätten wir ja nur zu gerne gesehen.